jo leute was geht und willkommen zu dem video es ist bei soweit weihnachten kommt und auch nintendo ist was weihnachten betrifft ja immer sehr groß dabei und auch dieser macht nintendo wieder eine x-mas mall tour wo nintendo durch deutschlands größte shopping center shopping centers durch geht quasi und hat immer in verschiedenen tagen in ganz deutschland ist spiele antesten kann aber auch bei youtube und das ist so das ist auch bei einem shopping center einfach mal dabei sein wer das nicht offizieller seite von nintendo her aber ich dachte wir kommen nächstes mal hin und zwar diese nintendo x-mas mall tour ist ja gleich noch was genau ist findet eben fast in den städten stadt und in jeweiligen städten halt in einem einkaufszentrum und ist wo dann hier von münzen dem es pressen kann ist sehr leichter münzen und münzen ist die x-mx live x-mas mall tour am ersten und zweiten zwölften in dem in den riemarkaden in münzen von 10 bis 20 uhr ich habe gesagt dass ihr erst das zweite für daten sind erst das zweite freitag und samstag wird an beiden tagen da sein und und ja wie das ganze eben anzauern es wird münzen auch die 2 und 10 uhr da sein wie hier steht in dem artikel ich glaube das wird ganz cool und ihr habt eben die gelegenheit mich dort zu treffen mit mir zu reden mit mir spiele zu spielen und einfach quasi schon mal so im vorhinein anführungsstressen weihnachten zu feiern das wird denke ich mal coole sache was ist diese x-mas mall tour überhaupt mehr als super odyssey oder aktuelle spiele wie eben super odyssey spartum 2 fifa auswählen möchte hat in adventszeit dazu mehrfach gelegenheiten an zehn tagen zwischen 17 november und dem 17 dezember macht die tenderstation in zehn deutschen städten und an den ganzen tagen bekommen und dann steht hier noch extruierte und talentierte mario fans bekommen an vier tagen aus den chancen in den videos flogs und netz place anerkannt youtube aufzutauchen naja und da ist dann eben auch im channel dabei denn münzen ist also dem ins pressen ist es gar nicht mal so ich werde ich glaube ich ganz cool ich werde definitiv vorbei schauen an beiden tagen wenn ich dafür als treibers an das ist aber nein ob das geht darum einfach dass ihr beseitig dass ihr mich dort treffen können für alle die ja irgendwie am ersten oder zweiten zwölften nach münzen kommen können mich dort eben antreffen genau das uhr seitlich da bin wert ist kurz partei nach vorne hochladen aber das haben zu der grundgedanke wird an beiden tagen da sind das alles auch flocken und alles heißt es kommt blogs auf den kanal dazu das wird sehr cool am ersten und zweiten zwölften habt eben die gelegenheit mit in den riemarkaden was glaube ich zu treffen wenn da die nintendo xms mold tour ist das ding dank ist mir ganz herzlich beim zusagen von im video und ja wer weiß vieler sehen wir uns bei der xms mold tour wird mir sehr freuen wenn man sehen wollen wenn es bei zusauer treffen wurde das soll zu weit gewesen sein von der info macht's gut leute bis zum nächsten mal und ciao